Ja, hallo und herzlich willkommen, Leute. In diesem Video geht es darum, wie ihr auf der Bonuskarte Bauernhaus nicht nur Packer Punch öffnen könnt, nein, ihr könnt sogar gepäckepunchte Waffen hier bekommen. Ja, wie das alles geht, ist eigentlich ganz einfach. Ihr wisst ja, die Karte Bauernhaus bekommt ihr, wenn ihr das Casual Easter Egg macht. Ich weiß, viele Leute sagen, ihr müsst erst die Story oder so spielen. Ich habe die Story gar nicht gespielt, ich habe das Casual Easter Egg gemacht und hatte die Karte. Also sowas bei mir. Ja, das ist eigentlich nur dieses kleine Bauernhaus aus dem Prolog. Ja, und was ich euch jetzt erzähle, das funktioniert dann auch nur im Prolog mit dem Packer Punch. Als erstes müsst ihr einmal die Box öffnen. Die Box gibt es hier in einem kleinen versteckten Raum. Um die zu öffnen, müsst ihr auf der ganzen kleinen Karte zehn Laternen anschießen. Wenn ihr die anschießt, dann haben die so ein kleines lila Licht innen drin und ihr hört so ein komisches Geräusch. Gut. Dabei ist es so, dass ihr hier vier unten habt, jeweils zwei noch dazu außerhalb vom Fenster und vier oben. Ich zeige euch jetzt eben nebenbei einfach die Locations. Also eine Lampe ist hier, dann haben wir die zweite hier. Hier ist Nummer drei. Vorsicht, wenn ihr aus dem Fenster guckt, da müsst ihr ganz genau hingucken, dass ihr die seht. Hier ist Nummer vier. Nummer fünf. Dann haben wir hier Nummer sechs. Oben angekommen ist hier Nummer sieben. Nummer acht. Nummer neun. Und Nummer zehn. Und sobald ihr alle zehn abgeschossen habt, dann ist oben im ersten Stock dieser kleine Raum frei und dort habt ihr jetzt die Mystery Box, wo ihr für 1000 Punkte eine Waffe ziehen könnt. Nun braucht ihr unbedingt Jack in the Box, also Affenbomben aus dieser Kiste. Die bekommt man hier eigentlich ziemlich einfach. Ich habe sie auch im vierten Hit bekommen. Andere Leute sagen vier, fünf Hits und du hast die eigentlich immer garantiert. Also wenn ihr Jack in the Box, also die Affenbomben hier auf World War Two Zombies habt, dann habt ihr hier oben, wenn ihr direkt aus dem Boxrahmen rausgeht, ein Klavier. Und wenn ihr das Klavier im Rücken habt, schaut mal oben an die Decke ran. Da ist so ein kleiner Pfeiler und es ist eine Karte auf dem Pfeiler. Auf der Karte steht KJ. Ich sehe das ganz, ganz schlecht, sage ich euch. Und dort müsst ihr Jack in the Box raufschmeißen. Ihr seht hier, ich schmeiße die ersten zwei erstmal daneben. Rip me, würde ich mal sagen. Also schaut, dass ihr ein bisschen besser aimt, wenn ihr die raufschmeißt als ich. Ihr müsst das Jack in the Box Teil genau auf dem Pfeiler schmeißen. Es muss dort stehen bleiben. Und wenn es dann explodiert, ist es nämlich so, dass die Karte weg ist. Ja und jetzt seid ihr fast schon fertig. Als nächstes müsst ihr 10.000 Punkte bekommen. Wenn ihr 10.000 Punkte habt, geht wieder nach oben, dort wo eben das Klavier ist. Und jetzt einfach am Klavier Viereck drücken. Geht da einfach dran und drückt Viereck. Ihr werdet hier keine Aufforderung finden, von wegen drücken Sie Viereck, um das und das zu machen. Einfach hingehen, Viereck drücken, wenn ihr über 10.000 Punkte habt. Ja und sobald ihr das habt, könnt ihr wieder an die Kiste gehen. Und jede Waffe, die ihr nun aus der Kiste zieht, ist verbessert, also gepäck erpuncht. Das macht die Karte um einiges einfacher. Aber wie gesagt, das funktioniert nicht im Prolog, weil dort die Karte nicht auf dem Pfeiler ist. Also das könnt ihr nur machen, wenn ihr das Bauernhaus als Karte einfach separat anwählt und nicht im Prolog spielt. Und wie gesagt, das macht die Karte um einiges einfacher, würde ich sagen. Schade, dass man keine Massenganzeli bekommen kann. Also ich gehe mal stark davon aus, dass sie nicht da drin ist, die Waffe. Aber alles in allem ein süßes kleines Easter Egg, das euch auf jeden Fall hilft, wenn ihr hier hochspielen wollt, beziehungsweise wenn ihr bestimmte Challenges machen wollt für Charaktere oder warum auch immer ihr Lust habt, die Karte zu spielen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen lieben Dank fürs Gucken, Leute. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.